Hallo Freunde, sind wir live? Hier schaut ja noch niemand, aber hören die uns dann, wenn das so ist. Okay, wir warten bis ein Zuschauer kommt. Aber wie können die Leute dann die Videos sehen, auf Twitch oder so? Warte kurz, wir gehen auf YouTube einfach. Dann gucken wir unseren Livestream selber an. Wir gucken unseren Livestream jetzt selber an. Und neben links, ein Holzkopf, bitte von dir. Der ist daneben hier. Wo ist unser Livestream? Keine Ahnung, der Lieben. Warte, ganz kurz, ganz kurz. Wir sind auf YouTube live? Ja. Ach so, auf YouTube. Sind wir auf Twitch auch gleich? Weiß ich nicht. Juhu! Weiß ich nicht. Juhu! Hallo? Juhu! Alter, das ist gut. Juhu! König. Einfach König geschrieben. Hallo? Moin Leute, herzlich willkommen. Moin Leute, ja. Er hat geschrieben. Wir warten jetzt, bis einer kommt. Und wir spielen schon mal voll, guys. Weltrekord. Das ist noch mal geil. Haben wir schon mal einen Zuschauer? Nein, noch nicht, aber fang ich schon mal an. Geh mal auf meinen Kanal. Was ist das hier? Schneiden, wenn du das anfasst, dann wirst du sterben. Okay, wir spielen. Wir spielen. Ja, weil das... Frag doch mal, Picham-Schem, ob du... Äh, ob dein... Ob du... Handy, äh... Ob, ob... Ob, äh, äh, äh... Ob, ob, ob... Was sagst du? Nein! Ob, ob, ob... Ob, äh... Ich kann jetzt nicht spielen. Ich kann jetzt spielen. Ja, komm, spiel. Nee, du bist nicht. Bitte. Kannst du mir den Schleim rausnehmen? Rausnehmen. Okay, hält... Okay, gut, passt schon, passt schon. Warum ist kein... Warum ist kein Zuschauer da? Voll gemein. Ja, bei mir, wenn ich live gehe, schon ein paar Zuschauer. So 1000 Zuschauer ungefähr. Was für live? Ich hab dich noch nie in einem Livestream gesehen. Ich gehe auch auf Twitch live. Immer noch keiner. Hey, damit kann man doch Autos sauber machen, oder? Ja. Ja, nein, aber macht das nicht. Das ist erst im Spiel. Damit kann man auch pupsen. Übrigens, wenn jemand hier schon da ist, wir versuchen, ein Weltrekord zu brechen. Es ist noch niemand da. Ja. Aber du hast so lange... König. Hab ich selbst geschrieben, auch. Also, ob du das jetzt nicht schaffst. Justin. Aber ich bin... Oder ich... Ich gehe bei E-O-Stein live. Und ich spiel... Spiel mal bitte. Mach mal... Spiel mal mit mir auf E-O-Stein. Mein Blieft. Komm, oder geh auf meinen YouTube-Kanal. Ah, ich hab meinen neuen YouTube-Kanal gestern erstellt. Ich war... Wie heißt er? Schon vor zwei Monaten. Ist das dein Handy? Nein. Ich bin Charo. Wer bist du bitte? Bist du Charo und musst dein Handy jetzt? Kannst du bitte spielen? Kannst du bitte in meinen Livestream oder... Oder mit mir... Ich bin ein Livestreamer, Charo. Einfach nur... Nein, rum, tust du raus. Tu es wieder rein, bitte. Justin. So. Mach. Nee. Bitte. 10 Euro. Okay. Aber ich hab keine 10 Euro. Also. Dabei. Aber ich geb dir mein Messer raus. Du sind festgestochen. 10 Euro. Nein, du wächst. Das weiß man. Nein. Scammer. Bin ich ein Scammer so wie in einem Video? Ja. Nein, dann kannst du bitte... Wo du schon zu oft gehst, gern war so, nee. Bitte einmal. Dann... Ich... 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 Also... Dann... Dann mach ich alles, was du möchtest. Wenn du einmal auf meinen Livestream gehst. Nur einmal. Und mich abonnierst. Weil ich hab dich auch abonniert. Ich hab dich schon abonniert. Sorry. Ne Spaß. Also wenn ich dich abonnieren würde... Kannst du mich jetzt abon... Kannst du mich bitte abonnieren? Warum denn? Ich hab dich auch abonniert. Die Abonnier mich halt. Ich hab genug Abonnenten. Trotzdem, ich lass... Ich lass den Abo, dass ich dein Video schon schauen darf. Und wenn du jetzt ein Video machst, dass ich dich abstocke, dann... 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 Dann passiert was Richtiges. Aber darfst du natürlich machen, wenn du möchtest. Ich... Ich mach das niemals. Hallo, ich bin live. Hallo, der ist live. Der ist richtig... Dumm. 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 Schlau. Nein, ich meine schlau. Falls man schaut, ich bin Holzkopf. Da ist noch niemand. Scheiße. Niemand darf wissen, dass ich Holzkopf bin. Der hat ja meine Stimme. Oh ja. Kannst du bitte mal auf meinen Kanal gehen und auf meinen Livestream bitte einmal? Wo ist meine Mutter? Ich muss meine Mutter erst anrufen. Ja, sag doch Piet Schimschim. Hm? Nein, ich meine halt... Auf Videoanruf. Miet. Luf doch. Hey, und ruf deine Mutter mal an. Was? Ruf mal deine Mutter an. Nein, kann ich nicht. Hey, Whatsapp? Messenger? Ich hab kein Whatsapp. Hey, Line? Ich hab auch das nicht. Hey, wie... Wie redest du dann manchmal mit deiner Mutter? Wie? Hey, ist meine Mutter noch mit deiner Mutter? Ja. Immer. den ganzen Tag. Hey, woher weißt du denn? Weil sie es mir gesagt hat. Warum geht niemand in meinen Livestream? Das ist auch mein erster Livestream. Das ist auch mein erster Livestream. Ich bin so beschissen, die Steuer. Wir können die ganze Zeit drehen, bis einer live kommt. Und das ist auch mein erster Livestream. Und da ist auch mein erster Livestream. Was? Du musst deine Mutter rufen. Und da ist alles gut. Das ist auch mein erster Livestream. In meinem Pool war mit Heim. So, dann kann ich dir... Tom, pupst du? Nein, ich pupse nicht. Warum kommt niemand in meinen Livestream? Ich gehe gleich wieder raus von live. Bin ich eigentlich wirklich live? Ja, ich bin live. Und ich tütze. Och, was habe ich gemacht? Ich bin in der Alpha-Welt gelandet. Alpha? Ja, Alpha-Stein bin ich. Du hast doch gesagt, du hast doch was? Alpha-Stein ist mein fünfter Round. Du hast doch gesagt, also hast du auch so die komische Stimme. Ja. Ich muss den Stimmverzerrer benutzen, damit niemand dich hört. Ich möchte deinen Account sehen. Wie denn? Kannst du... bitte? Einfach noch keinen in unserem Livestream. Du hast doch gesagt, du kannst deine... Nee, ich kann nicht. Dafür muss ich meine Motanne rissen. Ja, dann ruf doch die an. Wie denn? Ich habe kein Handyzeit. Was ist das für eine... Dann frag doch die Tücher im Schreiben. Ich habe das. Was? Ich habe das. Was hast du? Handyzeit. Dann mach doch. Nee, meine Mutter hat mir irgendwas geschrieben. Dann guck doch. Kann deine Mutter dich anrufen? Nein. Komm, deine Mutter... Wenn du deine Mutter reist, kann ich dir meinen Account schenken. Welchen Account? Kreuzkopf. Okay. Aber dann verliere ich wieder Abonnenten. Nee, Spaß. Ich gebe dir noch nie meinen Account. Was? Kannst du bitte jetzt endlich dir irgendwo gehen und ein Video machen oder bei mir live gehen? Bitte nur einmal. Ich gebe dir live. Was? Ja, aber dafür musst du deine Mutter rufen. Warum? Weil, damit ich mit meiner Mutter reden kann. Okay, ich frag. Ich frag P-Tum-Chem. Sie liegt da. Nein. Was? Ich kann meine Mutter nicht anrufen. Hä? Sie wirklich? Ja. Frag jetzt P-Tum-Chem. Ey, wer hat dieses Schleim wirklich dir? Ja. Schwör. Ja. Allah. 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 Warum wiederholst du dich das immer? Hallo? Warum wiederholst du dich das immer? Hallo? Hallo? Warum wiederholst du dich das immer? Was ist da bitte passiert? Diese Live-Stream ist einfach voll. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR